Na super. Und wieder ein Haufen durchgeknallter Fünftklässler. Bringen wir es einfach hinter uns. Darf ich euch unsere Klassentiere vorstellen? Leonardo und Squirtle. Die fasse ich auf keinen Fall an. Fressen, schlafen und kacken die nicht immer am selben Ort? Hey, ich kack immer nur dort, wo er schläft. Die Exe sieht ziemlich alt aus. Sehe ich etwa alt aus? Danke sehr. Das gefällt keinem Tier, wenn es eingesperrt ist. Ich hab mein Leben verschwendet. Dieses Jahr muss jeder von euch ein Klassentier mit nach Hause nehmen. Das ist meine Chance. Hast du den Verstand verloren? Ich geh mit einem dieser Kinder nach Hause. Dann werd ich flitzen. Dann fang ich an zu leben. Es geht los. Mutter von Godzilla. Was war das? Du hast gerade gesprochen. Mom! Nein! Du hast was zu mir gesagt. Die Leute dürfen es nicht wissen. Wieso sind deine Krallen nass? Die sind von Natur aus feucht. Du sprichst mit ihnen. Diese Kinder profitieren alle von einer 74-jährigen Weisheit. Alle finden, dass ich komisch bin. Die wissen doch überhaupt nichts von dir. Probier das mal. Warte! Leo! Dein erstes? Eigentlich wächst das vorne, aber egal. Du wirst erwachsen. Nein, nein, nein. Es ist mein Vater. Was ist denn so besonders an dieser Partie? Du hast mir das Gefühl gegeben, dass ich alles schaffen kann. Das endet niemals gut. Das ist eine schwere Zeit, aber dies sind deine besten Jahre. Das kannst du mir glauben. Das ist unglaublich! Das ist unglaublich!